Ein Tisch, ein Ball und ein Schläger, das ist alles, was Sie brauchen, um sofort mit dem Tischtennisspielen zu beginnen. Es kann im Team oder einzeln gespielt werden und ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich sozial weiterzuentwickeln. Ping-Pong, auch als Tischtennis bekannt, ist ein sehr beliebter Sport und professionelle Wettkämpfe sind so intensiv, dass sie Millionen von Zuschauern anziehen. Aber vor allem ist Tischtennis in asiatischen Ländern beliebt, dort spielt jeder von jung bis alt, und heute erzähle ich Ihnen von einem der Stars dieses Sports, dem Koreaner Sooyoung Lee. Ihr seid auf dem Kanal 100 Jahre Sport und wir starten durch. Sooyoung Lee wurde am 22. Mai 1984 in Busan, Südkorea, geboren und begann im Alter von 9 Jahren mit dem Tischtennisspielen. Sie entwickelte schnell eine Leidenschaft für den Sport und begann nur sechs Monate, nachdem sie einen Schläger in die Hand genommen hatte, mit Wettkämpfen. Ihr Talent war so groß, dass Sooyoung im Alter von zwölf Jahren bereits ihre erste nationale Juniorenmeisterschaft gewonnen hatte. Lee's Erfolg setzte sich fort, als sie fünf weitere koreanische nationale Juniorenmeisterschaften gewann, gefolgt von drei Siegen bei den koreanischen Meisterschaften. Ihre herausragenden Ergebnisse brachten Sooyoung ein Stipendium an der Korean National Sports University ein, wo sie von ihrem Star-Kollegen An Ye-hun trainiert wurde und der Nationalmannschaft beitrat. 2001 gewann Lee als Mitglied der südkoreanischen Nationalmannschaft Silbermedaillen bei den Universitätsweltmeisterschaften in Peking. Während ihres Studiums an der Universität erhielt Sooyoung einen Abschluss in Sportpsychologie und Sportunterricht. 2004 beschloss Lee, nach Neuseeland zu ziehen, um Englisch zu lernen. Dort spielte sie weiter Tischtennis und gewann die New Zealand Women's Singles Championship. Dieser Sieg brachte Sooyoung den Titel der neuseeländischen Sportlerin des Jahres ein. Nach einem fünfmonatigen Aufenthalt in Neuseeland kehrte Lee nach Südkorea zurück. 2007 zog Lee in die USA, während ihre Schwester in Chicago, Illinois, studierte. Anschließend zog sie nach Los Angeles, Kalifornien, wo sie die University of California besuchte. Sooyoung trat weiterhin im Tischtennis an und gewann mehrere US-Turniere, darunter die US Open 2007 und das Killerspin Invitational 2009. Dank sportlicher Siege wurde Lee von Modelagenden in Los Angeles bemerkt. Sie begann 2009 professionell mit dem Modeln und bald wurden ihre Tischtennisfähigkeiten Teil ihrer Modelarbeit. Im selben Jahr nahm Lee an der Eröffnung von Susanne Sarandon's erstem Tischtennis-Club Spin in New York teil. Später trat sie mit Sarandon in der G-Leno-Show auf und ist seitdem Markenbotschafterin des Unternehmens. Lee hat auch in verschiedenen TV-Shows und Filmen mitgewirkt, darunter Episoden von Entourage, Keeping Up with the Kardashians und Cross Wars. In den USA ist Sooyoung als Tischtennistrainer zertifiziert und hat mehrere Prominente trainiert, darunter Oliver Stone, Jimmy Fox, Susanne Sarandon, Reggie Miller, John Stermos und Kevin DeLong. Sie wurde sogar vom Bundesstaat Georgia engagiert, um ein Programm zu entwickeln, das junge Leute für Tischtennis begeistern soll. Insgesamt haben Sooyoungles beeindruckende Leistungen in den Bereichen Tischtennis, Modeln, Schauspiel und Coaching sie zu einer angesehenen Persönlichkeit in der Welt des Sports und der Unterhaltung gemacht. Ihre Hingabe an ihr Handwerk und ihre Bereitschaft, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten mit anderen zu teilen, haben sie auch zu einer wertvollen Trainerin und Mentorin gemacht. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu schreiben, Leaks zu setzen und den Kanal zu abonnieren, hier wird über Sport gesprochen. 125 Minuten 19 Uhr 23 24 25 23 25 26 25 27